Das kann sein schön bei mir Bei mir gar nicht, steh ich nicht Ich bin jetzt im Bett, ich will jetzt schlafen Wie viel Folgen haben wir jetzt? Vier, ne? Vier und ein bisschen Na, vier, drei 21 haben wir angefangen erst Echt? Mh mh Können wir jetzt mal schlafen gehen? Danke Warte mal Penis Wie macht das bisschen? Alter, deine Tastatur, ne? Geil Ich kann mich mal Ich kann mich noch nicht mal ins Bett legen Chausen, geh mal bitte ins Bett Was? Ah cool, jetzt bin ich hier oben Ich bin jetzt in dem Bett So, warte mal Charge Station Limit Centos Ja, bei mir liegt das grad extrem Charge Station Ja Was macht ihr grade? Als sie, als sie das hier geschafft haben Ich suche grad Es leckt grade Wie leckt uns das grad leckt? Party Hard Party Hard Hallo, ich hab nur noch Ein Screw Black Screen, würde ich sagen Ja, schön Ich hab nur noch 20 FPS die Minecraft hat Minecraft hat Mh Minecraft hat Crash, weil die Angelegenheit Ok Wie Wieso hat der Server mit einer 100%cel Ausflassung von Rahmen? es ist doch nicht immer wieder wie start wenn ich sagen müssen wir mal kurz machen wer sind da sind wir wieder nachdem der server 100 prozent der rahmauslastung wegen den schosen wahrscheinlich alles hinter schulden der einen schosen macht nur scheiße war klar ja welche ständige symbolen schmecken sie noch es ist schön mit stückchen und sowas sind sie noch pelzig oder nicht wenn die an gucks alter leben die noch und zuckt das noch so gerade wir wissen was die zuschauer denken oder sind zu knusprig siehst du das abendessen auch noch fisch hast du immer noch dabei gehabt fisch ist ja auch noch dabei fisch alter fisch 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 mein truss umgegangen ja doch nicht doch doch nicht ich doch nicht derp wird so was doch nie machen derp 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 toll jetzt muss ich weinen heil doch volles Bein gleichzeitig alter so ich kaufe jetzt Stormbricks und erstmal Eier und Gehirn aber Stormbricks habe ich auch geküsten hast du dich verschluckt ja hab ich er hat zu viel geschluckt er hat sich verschluckt er hustet aber vorher hat er zu viel geschluckt so was ist jetzt mit dem Portal du Affenkopf gib hast du ein Portal? ja nicht Centos go Portal such dir doch erstmal eine Stelle wo du hin willst ok von wo hast du einen Latsch denn los von wem von euch beiden Latsch los nicht Latsch mal vom Johnny los ja mach das er ist ja wohl am weitesten von euch ne Johnny ist von mir nur 400 Meter entfernt und von wie hat er das zählt denn jetzt hier einfach in eine Richtung scheiß drauf du musst gleich wieder in meiner Richtung raus pass auf und weil ich es drauf hab kurz mal hallo erstmal willst du dich nicht vielleicht mal vorstellen wie ich mich vorstellen ja weiß ich doch nicht nein Spaß ne kennt mich doch jeder hallo ne ich kenn dich nicht ich kenn dich einfach nicht denn der hat dich mit geschliffen mit geschlieft er hat darauf bestanden er hat darauf bestanden dass ich mitmache ja kann ich mitmachen natürlich du hast darum gebettelt dass ich mitmache er hat ihn gefläht er braucht fame weißt ja doch fame ne ja er braucht fame vor allem durch ihn ne ja vor allem durch mich äh durch wen sonst auf meinem kanal also siehste ja aber wodurch ist ja egal trotzdem er nennen als du du hast zuschauer toll wo tue ich überall deine fresse hä der creeper meinte grad fast hoch geht es was wie wie was ich sag dir weißt du nächste aufnahme oder sowas welche nächste aufnahme die komplette ja ich zwinge euch dazu ne doch ne doch nö doch bla 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 ich lauf jetzt extra weit weg also ich bin jetzt schon ein stückchen weit weg oh guck mal hier war ja nur ein stückchen nicht wo siehst ja ein eingstück noch mal auf die nerven die dann der magneticmote dann auch scheiß ding manchmal ist der tolle manchmal ist der voll scheiße ja manchmal schon ja vor allem wenn man bei der sich der topofahrer vorbeirennt ja es ist erstmal ein heftig Federn in der fresse ich weiß ist doch geil das ist so unnötig der h Creating hinten ist so ein scheiß großes sbai mit leid ich hab dich auch nicht ich hab mich Prozent scheiße zählen das ist der im August die das ist die bei der wüsste nachher waren aber schickte Prozent halt mich nicht auf laut ich nicht wollte erst mal wieder so eine schöne neue käse stange greifen blizzard man muss kam ich stange eigentlich muss ich die mikrofonkette so weit drunter drinnen dass sie das immer noch hört aber ich liebe käse stangen das gibt nichts keines das ist eine kleine andere käse stange geben die wirst du dann auch nie das niveau sinkt wieder ganz schön gerade wobei das noch nie oben war bei uns egal wo wir sinken wobei das niveau noch nie bei uns oben war das ist der schublade natürlich im schrank wird das schubladen das ist doch lustiger als wenn das niveau da ist oder ja ehrlich mal der beste die muss die leute eigentlich immer mobben die haben auch gefühle vielleicht oder du schenkst kein mitleid den menschen ich finde die alle scheiße nicht achso und uns nicht oder was ist ja gerade noch so in Ordnung wo ist die stern schnuppe gibt er die belegt die stern schnuppe ich wusste gar nicht dass du dabei händen oh alter jetzt könnte ich schon wieder um ich wusste gar nicht dass du glitzert jetzt bist du weg ich hab dich aufgesammelt ich hab dich aufgenommen an deine brust ne oh mann warum klingen elefanten hier wie mann uns ehrlich normal frag sie doch ey was geht bei dir Kollege du musst einen auf elefantisch machen warum hast du schon wieder erst dir das schwert hier reingeworfen gar nicht mann das merkte er erst jetzt das habe ich schon vor 20 Minuten ja weil ich da kaum reingucke ins system weil das ist immer schön ordentlich ja also das system ist dafür da um alles da reinzuwerfen wir haben das ja letztens jetzt aufgeräumt ne ja aufräumen definiere aufräumen ich schwimme jetzt auf dem ozean da waren wieviel denn 64k dinge habe ich geholt die waren voll ja wieviel schokobofeder waren dabei 5000 5000 schokobofeder von centos da haben wir mal bei johnny abgeladen also in mein enemy system kommt absolut alles rein ja kannst ja gerne haben mhm dann werde ich bei dir ne werde ich ganz heimlich irgendwo n ding anzapfen ne endertruhe dran packen und immer nur meinen schrott da reinwerfen mein ding abzapfen er wird sein ding anzapfen mein ding werde ich anzapfen achso na dann oh das niveau ja was für ein niveau ja wollte ich auch grad sagen welches niveau denn ja ich suche das auch grad noch liegt hier bestimmt irgendwo am boden hätt meinen teppich hoch wir haben das schon lange begraben das niveau achso naja ich busse es wieder aus das ist darauf haben wir das spawn ausgebaut das niveau achso auf dem niveau ok pass viel spaß beim suchen aber den grabstein habt ihr doch wohl wenigstens hier noch gesetzt oder was für dein armen niveau so ich weiß jetzt wo ich mein haus baue kannst sicherlich ne portretien im tor einsetzen ach nö hä ja du baust jetzt nur noch ne stunde da ne danach ist äh aufnahme beendet ja ja danach ist die aufnahme beendet das hast du richtig verstanden ja und danach und danach was erhoffst du dir danach von hä du meinst du komm äh ja ja warte mal das bestimmen wir beide und äh da ist immer so scheiß ausfällt gehts leider nicht geht das leider nicht ach so ok ich kanns einfach nicht zulassen ich will ich trotzdem im portal hier haben du bist halt nicht mein typ find ich auch scheiße ich hoffe ich hab jetzt genug fucken in meiner Stelle meine fress wo kommen die ganzen dinge her freu ich mich auch achso jetzt äh das haben wir doch schon mal gehabt äh und danach hatten wir die leukity kameten hm mhm fick dich warum warum sagst du sowas böses zu mir weil du scheiße bist danach hatten wir die leukity kommen wo ist er eingeschlagen hm eh hä hä wer kann ich sagen wir kann mal nix sagen ja mal hey so kannst du jetzt herkomm' hier Centus komm her wieso soll ich das jetzt machen will ich jetzt ein portal bring genau jetzt schon wieder ey die sind lizards ne die gingen sowas nach am sack lizards Nein, sing den Song jetzt nicht. Den sing ich immer sonst. Selisab. Selisab, Mann. Ich möchte gerade einen Haarbringer. Haarbringer? Willst du dir die Haare bringen? Mhm. Haare. 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 Ich hab schon wieder vergessen. Du wolltest Haare. Du wolltest mir ein Tor bauen. Nee. So. Jetzt hab ich hier schon mal ein paar Sachen. Ich hab für mein neues kleines Haus gebaut. Ich bin so weit weg von euch, das ist echt angenehm. Ja. Ihr leckt das nicht, ihr läuft das einfach ganz entspannt. Ich hab hier ein Schiff, um mal wegreisen zu können um die Ecke. Sag da so einfach. Hm. Wieso? Kannst du bei dem irgendwas hinbauen, was am lecken ist? Ich hole euch. Schlock oder so. Ja, nix. Schlock, Alter. Die will doch nicht lecken. Ah. Oder ich mach das. Ich baue einfach so, wie Johnny baut. Ja, genau. Dass das wieder so leckt, oder wie? Ja. Ich brauch einfach ein Leckdetektor. Aha. Und dann zeigt er mir auf der Minimap an, wo das leckt. Ah. Ich leck gern auch immer. Hm. Hm. Bratw... was? Du magst Bratwurst. Ja, ich weiß. Willst du mit Bratwurst? Du magst Bratwurst? Okay. Ich mag Bratwurst. Kannst du mir jetzt mal eben hier ein Portal hinbauen? Der nicht. Ich hab hier was für dich. Ich hab noch so viele Monster, ja. Das ist immer gut. Der ist auf so einer einsamen Insel. Ja, gehört auch hin. Alter. Wo bist du hin? Ach, hat sich in so ein Loch gebrochen. Einige, krank. Und dann diese Lache, ne? Moin. Von anderen vier ist eben fast verrückt da drin. Hey, dann mein Grüß jetzt mal zuzulegen. Liebe machen. Komm ich doch nicht. Der will mich hauen. Der will Liebe mit dir machen. Weg. Auf eine andere Art und Weise.